Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen Job Review hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, um auch in Zukunft kein Stream mehr zu verpassen. Ich streame so ziemlich jeden Tag immer ein paar Stunden. Das heißt, falls ihr so etwas nicht verpassen wollt, dann lasst wirklich gerne ein Abo da. Wäre auf jeden Fall ein nicer Support. Vielleicht knacken wir demnächst dann auch irgendwann mal als nächstes großes Ziel. Die 100 Abonnenten wäre auf jeden Fall extrem krass und ich würde sagen, wir switchen direkt drüber in den Itemshop und gucken, was dort heute für Skins drin sind. Ob es vielleicht sogar ein neuer Skin ist. Und wir haben tatsächlich einen neuen Emote. Und dann noch auf der linken Seite den Velocity Skin von gestern. Finde ich richtig cool den Charakter. Der gefällt mir richtig. Ich finde die Vibe-Variante auch besser als den Raptor-Skin. Backpack gefällt mir eigentlich auch zu nicht gut. Das sieht eigentlich echt ganz cool aus. Lohnt sich. Weibter, wie gesagt, mag ich nicht ganz so doll. Ich finde, dass die Jacke sieht bei der ein bisschen cooler aus. Halt, dass hier vorne ein bisschen offen ist. Hier finde ich, hat er irgendwie ein bisschen zu viel Kleidung und so an. Ich finde, das Backpack eigentlich auch ein bisschen besser von der weiblichen Variante. Aber es ist Geschmackssache. Und dann gibt es dazu passend natürlich noch den Sturmbomber. Ein bisschen eine richtig coolen Skin. Ja, so ein Flugzeug einfach. Sieht echt ganz cool aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Party-Live. Ist ein ziemlich teurer Spitzhacker. Hat aber auch natürlich einen ganz coolen Sound. Und auch einen ganz coolen Effekt. Aber die stachlige Streiterin finde ich irgendwie einen richtig coolen Skin. Auch nur ein grüner Skin. Und eben halt in diesem Kaktus-Kostüm. Sieht das echt witzig aus. Er gefällt mir auf jeden Fall. Dazu passend gibt es auch noch den schlachteligen Schläger. Finde ich auch ganz cool. Hat auch einen coolen Sound. Also ich finde, das Set gefällt mir echt. Und dann gibt es dazu passend jetzt neue Kaktus-Poser. Damit kann man sich im Prinzip hinstellen und eben halt auch so wie ein Kaktus im Prinzip aussehen. Ja, dann haben wir noch die Feldsanitäterin. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Man kann allerdings jetzt auch den Helm abziehen. Ich finde ohne Helm ist der Skin besser. Ich finde, die männliche Variante gefällt mir gar nicht. Ja, ich finde die weibliche geht in Ordnung. Aber die Spektralhacke finde ich eine echt ganz coole Spitzhacke. Sieht echt ganz cool aus mit diesen verschiedenen Farben. Gefällt mir echt. Dann haben wir noch Royal Air Force Lackierung. Find ich eigentlich auch ganz cool. Auch nur eine grüne Lackierung. Hat aber irgendwie so eine verschiedene Kontur hier so ein bisschen. Und dieses Orange-Gelb sieht echt ganz nice eigentlich aus. Aber das gefällt mir eigentlich echt diese Lackierung. Äh, dann haben wir die Volleymeisterin. Find ich eigentlich auch einen richtig coolen Skin. Ähm, sieht cool aus. Einfach der Skin. Auch mit einem Backpack, mit diesem Tennis-Schläger, mit Tennis-Ball drin. Gefällt mir auf jeden Fall. Und als letztes haben wir noch Schlagfertig. Endlich auch ein ganz cooles E-Mode. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war es schon mit dem Battle-Royale-Shop. Ich switche ja nun rüber in den Rettig-Welt-Shop und gucken, was dort halt alles drin ist. Was weiß ich für welche Llamas heute dort drin sind. Äh, wir haben heute einen Anhänger-Lama. Äh, kann das ein oder andere mal ganz gut sein. Wenn es eben halt ein Liegen-, vor allen Dingen, wenn es ein legendäres ist, dann hat man da eigentlich ganz gute Überlebende drin und so. Ich finde, die lohnen sich echt mit am meisten. Ähm, ja. Ansonsten eben halt Upgrade-Lamas sind eigentlich auch immer ganz in Ordnung. Man kann ja zum Glück, äh, gucken, was drin ist. Zum Beispiel das Lama würde ich höchstens am Anfang kaufen. Äh, aber eben halt nicht dann im späteren Verlauf des Spiels. Äh, wenn man da eigentlich auch schon mit Blankerten ist, dann hat man schon genug legendäre, äh, Überlebende. Ja, aber, äh, wenn es eben halt legendär wird, dann lohnt sich auch das für die höheren Zonen. Äh, dementsprechend. Ansonsten haben wir noch die Militär-Lamas, die sich nicht unbedingt lohnen. Ja, und das war es auch schon mit dem Shop-Review. Äh, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass ihr dann beim nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.